Du meinst, findest du das schon ein bisschen im Arsch vor der Welt, den ich nachher bestellt habe? Ja, nein! Heute habe ich lautet! Beste Stimmung schon! Simo! In 20 Minuten Anfahrtsweg kannst du irgendwann Plus rechnen. Das gehört aber schon mal dazu. Beste Stimmung, ich sage es ja. Verstellst du das sicher? Simo, heute suchst du sie wortwörtlich. Nadel im Höhenhaufen. Irgendwo da drin ist ein Adel versteckt. Wenn du sie es gefunden hast, kannst du ab in die Suche nicht. Ich wünsche viel Spass. Tschirio! Du weißt schon, dass das Sprichwort für eine Aufgabe besteht, die nicht lösbar ist. Ich höre dich nicht, in die Suche ein bisschen laut. Schelk, ich weiss hart genau, dass ich Höhenräume habe. Gute Aufgabe. Pfff! Ich fahrt schon hart. Wasch mache ich auch schon. Herzlichen Dank! Schelk. Geistesblitz von Mossi. Da habe ich jetzt Kühe. Ich futterle dann einfach das scheiss Höhe. Wenn die erste machte, wenn sie die Kuh hat mit in den Adeln. Scheiss Idee. Das ist sicher oben drauf da. Das ist sicher wieder ein bisschen blöd. Ja, aber dann ist sie jetzt da unten. Wenn sie oben drauf war. Ja. Das war eine gute Idee von mir. Ich habe eine Idee. Aufschiessen. Metall ist schwerer als Höhe, oder? So. Scheiss Idee. Warte, wie rauche ich? Das ist doch eine gute Idee. Scherer. Rauche den Scheisschen abfackeln. Abfackeln? Was bleibt übrig? Das Metall. Weisst du, was mein Sohn hat? Einen Metalldetektor. Und den kann ich jetzt holen. Okay. Mal schön flach. Und finde den Scheiss. Dann warte ich hier 40 Minuten. Das ist mir jetzt scheiss. Tada! Rettung ist in Sicht. Test. Zeig das an. Weisst du, was das Problem ist? Wenn die Nadel am Boden ist, dann erkennt sie das Ding nicht. Ja, das ist mein Portemonnaie. Ich muss den Berg am Erdboden gleich machen. Und dann finden wir es. Wie lange sind wir dran? Etwas, aber dreieinhalb Stunden. Dreieinhalb Stunden. Und keine Sendeinsicht. Der Berg wird ja nicht kleiner. Hey, die sind echt gereizt. Richtig gereizt. Schöner, komm! Zeig das an. Das ist mein Lieblingsgewünsch. Da ist sie. Ja, ja. Komm jetzt bitte, Mann. Nein. Was? Nein. Nein. Ein Bierdäckchen. Ein ****** Bierdäckchen. Geh mich so eine Freude. Das gibt es nicht. ****** Mit dem kann man testen, ob du es in Team Piercing hast. Dann komm, zeig. Das ist ein Gürtelschnal. Hahaha. Zeig das wieder an. Zeig das wieder an. Zeig das. Bitte. Käse Bierdäckchen. Bitte Käse Bierdäckchen. Bitte, 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 bitte. Wie lange sind wir dran? 4 Stunden und 10 Minuten. Gehörst du? Gehörst du? Gut bist du. Was ist es? Was meinst du es ist? Keine Ahnung. Wer sagt das Lächeln? Die Nadeln? Ich habe die Nadeln im Heuhaufen gefunden. Hahaha. Und ich habe Wochenende nach 4,5 Stunden. Ich drehe die Tür. Aber ich habe es nicht. Ich tue für die Dämpfe. Ich habe es nicht. Ich mache es nicht. Danke schöns. Gehörst du! Vielen Dank.